Geschichtshörbücher von Polarfilm Hören und Verstehen Geschossen Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen Ich bin ein Berliner Wir sind das Volk! 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 Hören und Verstehen Geschichtshörbücher von Polarfilm Göring im Kreuzverhör Am 20. November 1945 eröffnete das internationale Militärtribunal im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes den sogenannten Hauptkriegsverbrecherprozess. Jede der vier siegreichen Großmächte, Amerika, die Sowjetunion, England und Frankreich, stellte dafür einen Richter, einen nicht stimmberechtigten Stellvertreter und einen Ankläger. Schilder Schilder Schilder